Der letzte Vorlauf des heutigen Tages ist gestartet. Bunte Tüte gegen Kindertraum. Bunte Tüte zum ersten Mal in dieser Besetzung. Die haben noch nie zusammen gepaddelt. Sie sehen wirklich gut aus. Und Kindertraum hat sich jetzt auch gefunden. Jawoll! Noch 150. Leichte Führung auf Mann 1 für die bunte Tüte. Kindertraum. Komm, legt mal das Stück hier zu. Ihr schafft das. Noch 50. Noch 20. Rote Tüte, leichte Führung. Das wird ein knappes Ding. Bunte Tüte im Ziel. So, Kindertraum. Macht 20. Macht 18. Komm. Ihr schafft das. Kindertraum. Jawoll! Siegreich! Das Team Bunte Tüte mit einer Zeit von 1. ... ... ... 1,34,8. 1,34,8 für die bunte Tüte und der Kindertraum mit einer Zeit von 1,45,1. 1,45. Ja, das war's, liebe Freunde, mit den Vorläufen. Es geht jetzt rüber zur Begrüßung, zur Bootstaufe. Der neue Achter wird getauft, anschließend das Rennen. Bitte benennen schon mal zwei Partner, die im Dachboot gegen den neuen Achter antreten. Danach werden sicherlich die Sportjourneure bereitstehen mit ihrer Vorführung und dann geht's in die weiteren Läufe.